hallo ist martin von mann mann keys dass die dachsanalyse für nun donnerstag den 26 10 2023 und unser dachs hat sich mal wieder ein bisschen bärische gezeigt aber ihr seht so relativ faul sitzt ein bisschen müde am bach hat nicht so richtig den jagdhieb bekommen hat gesehen die anderen bären die sind die sind morden gegangen in diesem blut überströmt wieder zurückgekommen wenn man da in die usa guckt da gab es einige einigen totschlag aber im dachs war schon nicht so wir haben auf tagesebene wir sehen es ja eigentlich eine absolut unveränderte tagskerze sind reingekommen wie wir rausgegangen sind beziehungsweise nein wir sind rausgegangen wie wir reingekommen sind aber tiefer rausgegangen als wir letzten tag geschlossen haben wir hatten wenn wir uns zurück erinnern an die gestrige analyse gesagt dass er noch mal schwung holen darf dass ich davon ausgehen würde dass wir die 49 69 oben mal an laufen und haben über die rücklaufziele gesprochen wir haben bei den rücklaufzielen gesagt wenn er direkt nach unten erstmal schwung holt dann bestimmt dann darf es 8 30 800 werden und wir haben gesagt wenn er nach 9 40 also entschuldigung nach 9 40 sondern nach 14.940 14.960 noch mal zurückkommt dass dann aber schon die 8 30 8 50 reichen sollte wir haben gesehen direktes abdrehen wir haben ihn bei 800 gesehen wir haben ihn wieder oben gesehen dann war kurz an der 9 40 gewesen ist rück zu an der 8 30 aber deutlich sichtbar abgefedert von daher ist es erst mal alles im akzeptierten tolerierten bereich für rückläufe da ist es noch nichts dabei wo wir gesagt haben das müsste er machen um wieder an den trend umzukippen und neu abwärts wegzubrechen und von daher würde ich ihm tatsächlich hier jetzt auch noch die chance einräumen sich wieder nach oben zu heben und die nächsten ziele abzuarbeiten ja wir haben oben noch die 9 40 9 60 zum ansteuern und darüber dann eben 15.000 15.050 bis 70 ja das war hier ist eine breitere zone und dann oben noch mal die 15.100 bis 15.1 20 das sind so die nächsten anlaufstellen auf der oberseite würde jetzt auch eigentlich gut passen hier hoch bisschen seitwärts nächste aufwärtswelle das würde von der symmetrie her eigentlich sogar ganz gut hinkommen dass er dann aufs ziel kommt auf den freitag freitag abend dann ins ziel einläuft schauen wir mal schauen wir mal was er draus macht unten raus schwung holen dürfte tatsächlich immer noch ich meine er war jetzt schon bei 9 40 normalerweise würde ich jetzt sagen 8 30 müsste wieder hochdrehen das wird aber ultra schwer wenn der jetzt einen tagesschuss bei 8 30 hier stehen hat 8 35 8 38 hat der tagesschuss stehen von dort jetzt nicht unter die 800 zu tippen das wird schon fast eine kunst ja also ich würde ihm schon 7 75 67 würde ich ihm noch dulden dann will ich aber auch eine schnelle umkehr sehen grüne schundenkerze und wieder nach oben dann traue ich ihm locker zu dass er noch mal die 9 40 9 60 anschaut und wie gesagt wenn er sich drübergelegt kriegt reicht doch wenn er sich da einfach bloß reinlegt per tagesschluss und dann wird er zum freitag den rest machen können ja aber ich würde schon denken wir haben noch platz für die erholung solange mir hier nicht unter 67 nach unten weg zwirbelt und ich glaube so haben wir es auch die ganzen ja so haben wir es gestern auch schon gesagt hat die 7 60 ist der signalgeber nach unten wenn die stehen bleibt dann hat er noch chance nach oben wenn er die nach unten umreißt dann gibt es hier noch mal ein tief und wahrscheinlich sogar neues richtung 14 600 gut dann haben wir das oben ziele unten ja ist soweit ja auch eigentlich unverändert tag wie gesagt auch relativ unspektakulär und von daher muss ich länger als es sein muss wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss